Vielen Dank dafür, dass Sie von dir auf unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Uns würde auch sehr freuen, wenn Sie uns sehr gut würden, in der Unternehmung den Subscriber würden anklicken. Vielleicht schreibe ich Ihnen auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht drehe ich uns auch mal in die Valle, schreibt uns Ihren Zeugnis. Wir beten auch, dass alle unsere Videos möchten einen sehen für Ihren Samen. Wir freuen uns, dass wir von dir hier ein Video machen können von unseren Amischen Menschen hier in Pennsylvania. Die haben uns in ihr Haus geflogen, und das ist ihr Haus hier. Hier wollen wir nun hingehen, dann wollen wir da schmuck essen. Und dann wollen wir uns mit dem Boggen ein bisschen reisen und ein Reis geben. Dann wollen wir mit dem Boggen fahren. Und dann haben wir hier, das ist alles ihr Haus. Ich wollte ihn von da auch wissen, auch von von da draußen. Und ich wollte ihn hier auch wissen. Und da war wir ein Konzert haben von dir, so aus Bern. So, wir sind hier von dir aus, die Amische Lied eingeladen, die Hanna und Daniel. Das ist ein Amische Lied, die haben uns mit dem Schmucket-Eten gegebt. Wir sind, das ist glücklich, seine Frau, dass die uns hier ein Haus haben eingeladen, Schmucket-Eten zu geben. Das ist in Schwetz. Das ist ein Mensch, welcher bei Eten hier mögen. Kijkt es, wann die Plotitische Menschen wollen. Sie wollen die Amische Schmucket-Eten. Wir wollen hier ein bisschen der Schmucket-Huswiese. Von dir aus habe ich hier bei einem Konzert. Sie wollen uns auch die Gelegenheit geben, mit ihrem Bogger mit nach vorne. Pieden Bogger, wollen wir ein bisschen fahren, wie der hier jämt. Das war ein ganz glücklich, sehr schmuck sein. Dann war ich in das Husschen mitgewiesen. Das sind die Lied hier. Hier haben wir den Schmucket-Huswiese, das wo es im Bibel sprach davor. Dort ist doch fern. Wir haben gerade noch Qualität zu sehen. In der haben uns hier Schmucket-Hicke hier, mit Erdhäpfchen zu leben, bitte. Und das Ete-Titel, was von Ete-Leben hat. Hier hat er Schmucket-Ete-Beine-Hand. Oh, oh, das schmackt sehr schön. Ja, ich wollte mich aufmerken. Das ist eine Wurst, die Wärme. Guck mal. Dort schmackt Blödsgrün ist sehr schön. Hier ist meine Früge. Ich kriege sie doch immer auf Hände-Blöme. Guck da. Und dann haben Sie hier ein Eiscream. Im Heidus-Meiß-Beine-Hit-Leben. Und dann haben Sie hier aus Ihrem Tänet-Blöme. Bittestahl. Blödsgrün ist sehr schön. Man wollte natürlich hier ein bisschen wissen. Hier haben wir den Spruch. Johannes 3, 6, 10. Denn also hat Gott die Welt gelegt, dass er seinen angeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Seht ihr mal. Heute geht es noch sehr ab. Ja, ich wohne in Levit. Ich habe dort seine Tiere, die Brühe. Die Schotter haben wir bestimmt selbst liegen. Und hier, hier wohnen diese andere Menschen. Das ist gewöhnlich, sagt man. Hier haben wir alle am Tag. Das ist sehr wichtig. Hier sagt sie, dass wir alles wissen. Und dann, seht ihr mal hier. Wenn ihr bitte, das ist auch ein Blödsgrün ist. Wollt ihr mal ein paar Blödsgrün sind? Weil das hier Blödsgrün ist. Seht ihr mal hier. Hier kommt die Blödsgrün, feine Asadobaken. Amische Menschen hier in der Städte. Dort ist es grünlich fein. Seht ihr mal hier. Das haben sie auf dem Bakao gefehlt. Das haben sie in Ruots oder die Blödsäise. Seht ihr mal hier. Kein Quark, die haben keine Quare nicht. Kein was von der feine Säfte hier. Das ist ein Mauschenrot hier, so hat die Mädchen nicht hineinkommen. Und wenn sie hier sind, dann sind sie rausgezogen. Diese Lied haben keine Koine, die haben bloß Bakao und Peer. Das ist alles, was sie haben. Aber weißt ihr was, wenn ihr Jesus noch folgen, dann werden sie auch sein, feine Reden. Und dann werden sie mit Ergo, was Gott ernsthaft hier verhauen. So, dann warte ich was. Wir sind dann gegangen. Und wir waren die Hunde. Und dann Bakao und die Hunde herankommen hier. Und das war das Grünlich sehr gemaktsam. Kein war auf ein paar Hunde, die Hunde. So, dass sie familie gehen. Kein, wenn ihr gönnt, sie war dann so ein bisschen wie sie, würde sie dann Musik machen da unten. Und dann würde sie hier die Hunde. Oh, ja. Geht ihm mal den, geht ihm da, der Trederpobel. Dann haben sie sonst die Schurte. Die Tuchte hätte erbogen in der Garage, dann. Man, das ist ja der Fan, ey. Wir waren hier im Keller und da, wir waren hier mit dem Musik machen. Kein, wir fahren keinen Keller. Geht ihm mal ein Gerät. Ja, go ahead. Das war ein bisschen später. Wow. Geht ihm mal ein Gerät. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020